Hallo Leute, ja, ich denke mal, es ist langsam an der Zeit, euch zu erklären, warum jetzt zu den letzten Tagen nichts kam. Hat einen guten Grund, ja, aber erstmal sei gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich würde gerne was bringen, ich habe auch richtig Bock und auch Zeit, eigentlich, was aufzunehmen. Das Problem ist, dass Fraps sich denkt, nein, gut, Fraps nimmt schon auf, aber seit, ja, letzten Sonntag etwa, es ist so, dass mir alles, was ich aufnehme, nach ein paar Minütchen derbe asynchron wird. Es ist egal, was ich aufnehme, sei es jetzt Konsolen, PC-Spiele, Emulator, Desktop. Und, ja, ich bin jetzt die ganze Woche schon am Schauen und Machen und Rumprobieren. Die Platte ist gecleant, aufgeräumt, defragmentiert und, ja, gestern dachte ich, ich hätte den ganzen Spaß im Griff. Ich habe dann eine Testaufnahme gemacht, die war gut, ein wenig später, eine zweite gemacht, die war wieder scheiße. Und, ja, gerade jetzt, wo ich das hier aufnehme, kurz bevor, also jetzt seit, vor ein paar Minuten, habe ich, glaube ich, den Übeltäter gefunden, der da so an dem Mux schuld ist. Ja, wie es aussieht, habe ich wohl einen Trojaner in der Registrie. Äh, ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den wieder loswerke. Zur Not, muss ich den Rechner neu aufsetzen. Ich bin in dem Bereich nicht so begabt oder gebildet. Deswegen habe ich davor schon ordentlich Respekt. Aber, ja, soweit der Grund. Das Einzige, was derzeit komischerweise noch, ähm, ich sag mal, zuverlässig aufnimmt, ist Camtasia. Da läuft es noch, soweit, aber damit, damit kann ich weder Konsolen noch PC-Spiele aufnehmen. Äh, na gut. Ich verspreche ruhig, ich werde mir was einfallen lassen, damit, ähm, ihn nicht mehr so auf dem Trockenen hängt, damit es auch mal weitergeht. Zwar ist es jetzt vielleicht nicht gerade, äh, mit dem aktuellen Zeug, glaubt mir, ich würde zu gern richtig loslegen. Ich hatte eigentlich vor die Woche richtig groß mit, äh, den Wunschprojekten und auch Resident Evil wollte ich wieder bringen. Ich wollte richtig durchstarten und dann kommt so ein verdammter Scheiß. Ja, ich habe angefangen, das Erste aufzunehmen. Also das Erste, ja, von den genannten Wunschprojekten. Ich war so im Flow, ich habe drei Parts gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, alle drei für den Arsch, eineinhalb Stunden für die Katz aufgenommen und dann, äh, ging irgendwas gerodellos. Naja, gut, ich lasse mir mal was einfallen. Kann aber noch ein bisschen dauern, bis das, äh, behoben ist. Ja, ähm, ich werde den Tag heute noch nutzen, um eben mich dazu belesen, was ich gegen den Trojaner tun kann. Ähm, morgen muss ich halt, muss ich halt wieder aggern. Spätschicht, äh, komm ich erst um 11 Uhr nach Hause. Naja. Also wenn, dann erst am Wochenende, dass ich da was machen kann. Ja, und bis dahin, naja, die Zeit kriegen wir auch noch rum, oder? Naja, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und, ja, man hört sich oder sieht sich oder, ihr wisst schon. Ciao.